Wir kommen dann zur Aushändigung der Abiturzeugnisse. Darf ich die Fragen? Darf ich die Fragen ein bisschen verholfen? Michael van Waal. Der Tisch ist hier reichlich mit intellektuellen Gaben bedeckt. Die Bücher, die hier vor uns liegen, sind ein Exemplar unserer Landesregierung mit der Staatsverfassung und mit den Texten der Menschenrechte und der Bürgerrechte. Michael van Waal. Christoph Dissibach. Judith Blume-Draas. Judith Blume-Draas. Lukas Bode. Michael Boros. Andreas Brenneman. Marget Bräuchmann. Urs Bräuchmann. Thomas Brokapp. Simone Brunz. Sonja Dahlhaus. Christoph Damm. Christoph Damm. Jessica Degas. Jessica Degas. Anette Degas. Anette Degas. Thomas Elker Dieter Ehrting Joseph Eissing Klaus Eissing Bernd Aitig Ralf Elshorst Simone Ellsing Jörg Elker Tobias Engelhardt Bernd Aitig 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 Brigitte Frohnapfel Lydia Funke Sven Gerloff Achim Guntersov Peter Hase Simone Haddoch Annette Hasey Barbara Hecking Dirk Heidemann Annette Hasey Anja Heiermann Applaus Annette Hasey Ard Hextermann Applaus Petra Holmer, Christian Holmmann, Sigrid Hilske, Anke Hülske, Mare Yazian Böre, Petra Holmmann, Sandra Isensee, André Joosten, André Jütte, André Jütte, Cecilia Junger-Jürges, Ludwig Klein-Hessling, Montagswürde, Olaf Kluf Andreas Brustgasten Bordmauer Frank Kupos Tatyana Langella Stefan Lachenfeld Stefan Löken Matrizia Lohs Matrizia Lohs Matrizia Langella Matrizia Langella Rainer Bete-Lingt Annabella Birgit Brustgastenau Klaus Niemann Britta Nienhaus Björk Nienhaus Klaus Niemann Klaus Niemann Stefan Rupalka Ingrun Osterfenke Astrid Oberfeld Astrid Oberfeld Klaus Niemann Klaus Niemann Klaus Niemann Klaus Niemann Ruf der Gande Kai Besenacker Michael Peters Oliver Pöschke Marie-Louise Gwirmbach Gido Reisenberg Gabriele Reise Wolfgang Ritter Simone Ritter Kirsten Röber Rolf, wurde das? Rolf, wurde das? Michael Brussing Petra Brotering Petra Brüder Friedrich Joachim Sack Arnold Schmitz Spina Schulig Boston Schutt Olaf Schürwan Christian Schulte Udo Schulze-Lützer Stefan Schulze-Wenig Jutta Sievert Akel Stierer Klaus Stump Rainer Teller Andreas Denhofen Andreas Gerrard Heike Thiel Alexander Favik Klaus Stump Klaus Stump Klaus Stump Klaus Stump Ihr Feldmann. Jens Sprechse. Christian Wink. Mario Winter. Eva Wünken. Und Frau Wusso. Applaus Jens Sprechse. 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 Jens Sprechse.